Viele Chinese, die Fähigkeit, Objekte zu bewegen, hochzuheben, vibrieren zu lassen, das ist mein Favorit. Zu biegen, zu brechen, zu drehen, aufpallen zu lassen durch den direkten Einfluss, mithilfe der Kraft der Gedanken oder anderer nicht-physischer Mittel. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Wollt ihr mal direkten Einfluss sehen? Andrew. Sie trägt heute schwarz. Hi, das ist direkter Einfluss. Hi, das ist direkter Einfluss.